Happe Kerkeling, einer von Deutschlands begnadetsten Comedians, oder wie es früher hieß, Komiker, der mit seiner begnadeten, genialen Sendung Darüber lacht die Welt, Maßstäbe setzte und mit Horst Schlemmer eine deutschlandweite, massentaugliche Nummer schaffte, die seinesgleichen sucht. Doch wie das so mit guten Comedians ist, sie wissen nicht, wann sie aufhören sollen. Irgendwann sind die guten Ideen nur noch gerade so gut und es geht dazu über, dass sie mehr von ihrem alten Ruhm leben als von guten neuen Nummern. Genauso ist dieses neue Album von ihm zu sehen. Ich lass mir das Singen nicht verbieten, abgesehen davon, dass niemand dem Happe das Singen verbieten wollen würde. Warum auch? Dazu kommt ja, dass es in einem freien Land sehr witzig wäre, dies zu tun. Aber anscheinend ist er sich schon darüber im Klaren, dass er da wirklich Dreck fabriziert. Man muss Happe lassen, dass er schon einige geniale, lustige, musikalische Comedy-Nummern lieferte. Zum Beispiel als er als Ripoli Viva verarschte. Aber das ist lange her. Was hier dieses Album soll, wo er schlichtweg bekannte, alte deutsche Nummern nachsingt und mit ein paar eigenen Sachen aufpeppt, man fragt sich, was das soll. Dazu kommt, dass er mit einer dünnen Stimme wirklich sehr, sehr schwachbrüstig singt und so viel Druck und Power da drin hat, es ist wirklich schlecht. Auch hat er Schwierigkeiten, überhaupt die Melodien richtig umzusetzen. Aber Gott sei Dank gibt es die moderne Tontechnik, wo man ein paar krumme, schiefe Töne nicht ganz mehr so schief klingen lassen kann. Und dadurch, dass man einfach permanent andere Musiker im Hintergrund mitsingen lässt, fällt nicht ganz so auf, wie extrem schlecht Happe Kerkling eigentlich singt. Und da dann zu sagen, ich lasse mir das Singen nicht verbieten, ja, fragt man sich, wo denn? In der Karaoke-Bar? Denn da gehört solche Sangeskunst eigentlich hin. Und man fragt sich, was hat diesen Mann geritten, solch ein Album zu machen? Er kann schlichtweg gar nicht singen. Er hätte es vielleicht mit ein paar Fußballliedern versuchen sollen, und die sind ja sozusagen Stadion-Gröel-Mentalität. Da kann eigentlich jeder noch so schlechte Sänger was rausholen. Aber sich an echter Musik dabei versuchen, hauptsächlich nur nachsingen, dann auch noch schlecht. Und bloß ein paar eigene Kompositionen mit drin zu haben, für die man bekannt war. Klingt wie eine gigantische Wiederverwertung. Wobei, Wiederverwertung trifft es eigentlich viel besser. Es ist widerwärtig, dass das wiederverwertet wird. Eine Wiederverwertung. Aber eigentlich möchte ich gar nicht so rumbeleidigen. Um was geht es mir? Es geht mir darum zu sagen, dass solche alten Säcke endlich mal wissen sollten, wann mal Schluss ist, und wann sie aufhören sollten, die Leute mit ihrer Schlechtigkeit zu quälen. Wenn man keine Ideen mehr hat, sollte man vielleicht Leute holen, die Ideen haben, und was gescheit umsetzen. Und vielleicht sollte man auch Leute haben, die einem ehrlich und offen sagen, pass auf, Junge, was du da machst, ist grütze, das ist scheiße, das ist Dreck, das ist Müll, mach das nicht, da wirst du doch nur für ausgelacht. Aber vielleicht ist das ja eigentlich die Lustigkeit an dieser Happe-Nummer. Dadurch, dass er nicht singen kann und dafür ausgelacht wird, ist es dann lustig. Man weiß es nicht. Aber gut, ich gehe davon aus, dass Happe-Kerkeling sein sinkendes Schiff nicht verlassen werden wird. Und ja, wir werden wohl demnächst wieder weitere schreckliche Lustigkeitsversuche von ihm ertragen müssen. Aber gut für mich, dann habe ich wieder was zum Quatschen.